Exkurs. Einblick in die Welt der Wissenschaft. Eine Veranstaltungsreihe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie hören den Vortrag Gemein, Grausam und Gewalttätig. Die Psychobiologie der menschlichen Aggressionsbereitschaft von Professor Thomas Elbert. Gehalten am 26. Oktober 2010 in der Urania in Berlin. Vielen Dank, Frau Rath-Heike. Meine Damen, in Ihnen allen schlummert Aggressionsbereitschaft. Das wissen die meisten von Ihnen auch. Stellen Sie sich vor, Ihr Heim wird überfallen. Jemand schneidet Ihrer Mutter die Ohren ab, bedroht Ihre Kinder. Da hört der Spaß auf. Sie schlagen zurück, wenn Sie denn können. Meine Herren, Sie wissen, dass es daneben noch eine andere Form der Aggressionsbereitschaft gibt. In Bayern, meinem Heimatland, überfällt man mit großem Vergnügen das nächste Dorf, schneidet Ihnen den Maibaum ab. Im Kongo machen Sie das mit ähnlichem Vergnügen, rauben das Dorf aus, vergewaltigen die Frauen. Geplante Aktionen im Voraus. Diese beiden Formen der Aggressionsbereitschaft zu unterscheiden, die natürlich jetzt nicht nur so schwarz-weiß Mann und Frau typisch sind, sondern es gibt ja Überlappungen. Aber diese beiden Formen zu unterscheiden, ist wichtig für das Verständnis der gesamten Aggression, Gewalt und Gewalterleben. Eigentlich gibt es bereits von Einstein, wahrscheinlich einen der schlauesten Redner, der hier in der Orania mal vorgetragen hat, diese Bemerkung, dass Menschen können Lust an Hass und Zerstörung empfinden. Er hat das in einem Brief an Freud geschrieben, because man has with him a lust for hatred and destruction. Also die Lust für Hass und Zerstörung. Und er sagt auch, in normalen Zeiten kommt es nicht zum Tragen. Aber dann gibt es Möglichkeiten, dann kann ich das wecken. Entschuldigen Sie diesen Ausdruck, ich kann die Sau rauslassen. Also richtig, ja. In Form der Aggression. Welchem Mann macht es überhaupt gar keinen Spaß? Keiner hat jetzt aufgezeigt. Wenn Sie sagen, doch, nee, also das geht bei mir überhaupt nicht, dann ist es so, dass Sie eben im Laufe Ihrer Erziehung gelernt haben, diese Aggressionsbereitschaft zu inhibieren. Das ist meine These und die möchte ich Ihnen heute näher bringen. Und ich, wie Frau Rathayke bereits sagte, ich möchte Sie mit Ihnen in die Krisen, Kriegsregionen dieser Welt gehen. Hier ist Somalia am Horn von Afrika, derzeit wieder in der Presse, weil diese Leute, die hier so untergebracht sind, die ehemalige Residenz des britischen Protektors oder Governors, die so untergebracht sind, die natürlich keine Lebensgrundlage haben, unsere Schiffe besetzen und ausrauben. Ich werde Sie nach Somalia, nach in den Kongo, nach Uganda, aber auch nach Afghanistan oder Kolumbien vielleicht entführen. Afrika übt ja für uns eine besondere Faszination aus. Auf der einen Seite dieser Schrecken, den wir jetzt mal während der Fußball-Weltmeisterschaft völlig ausgeblendet haben, da wollen wir nur die positiven Seiten von Afrika sehen. Und die gibt es ja natürlich auch. Die wunderschönen Landschaften, das beruhigende Urgefühl, das in einem erweckt wird, wenn man in diesen herrlichen Landschaften ist und hier gerührt Nashörner beobachten kann. Und für diejenigen, die sich mit Tieren auskennen, sie wissen, dass das ein völlig blödsinniges Verhalten ist, das dieser Mann hier an den Tag legt. Er geht viel zu nah an diese Tiere ran. In dem Punkt unterscheidet er das nicht von anderen Männern großmächtig, sondern eher das typische Verhalten. Was fasziniert diesen Menschen so, dass er an diese Tiere rangeht, dass er ein Glücksgefühl verspürt, die aufzuspüren, ihn nachzujagen, mit der Kamera natürlich nur. Vielleicht auch mit dem Vorderlader, vielleicht mit dem Pfeil und Bogen, vielleicht mit dem Gewehr. Hier sind andere Jäger, die sind auch fasziniert von diesen Tieren, die sie beobachten. Dann läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Appetitive Gewalt nennen wir das. Diese Aggressionsbereitschaft, die planen, wie kann ich vielleicht ein paar von diesen Viechern jetzt kriegen? Oder wenigstens eins zum Überleben. Und ein großer Fehler in unserer Konzeption war, lange Zeit zu glauben, dass diese Form der Jagd dem Menschen ähnlich sei. Das ist nicht so. Hier jagen Weibchen wie Männchen gleichermaßen. Bei den Menschen gibt es Unterschiede. Und wenn Sie in der Evolution anschauen, dann stammen wir von Affenartigen, von Hominiden ab, die Vegetarier waren, die nicht gejagt haben. Und wenn Sie hier so einen Schimpansen gesehen haben, die Schimpansenmännchen sind diejenigen, die das Kolobus-Äffchen jagen. Und das habe ich einmal gesehen, wie das so ein kleines Kolobus-Baby zerfleischen. Mit aller Gewalt und Grausamkeit. Unsere nächsten Verwandten. Die Gorillas sind anders, die sind Vegetarier geblieben. Aber wir sind im Laufe der Entwicklung vor anderthalb, zwei Millionen Jahren im Pliocen sozusagen zu Fleischfressern geworden, Fleischessern geworden. Und um an Fleisch zu kommen, müssen wir jagen. Meine Behauptung ist, dass sich die Jagd beim männlichen Geschlecht insbesondere entwickelt. Natürlich gebe ich den Frauen die Schuld. Weil nur die Frauen haben gesagt, du bist mir willkommen, wenn du mir ein ordentliches Tier auch vor die Haustür legst. Sonst kannst du hier nicht antanzen. Und so entwickelte sich im Laufe der Evolution der Mensch eine besondere Form des Jagens. Wenn Sie jetzt Tiere anschauen, Hunde, die haben eine, ihre artspezifische Tötungshemmung. Da zeigt sich der Unterlegene an einem bestimmten Punkt und sagt, bitte mit meiner Körperposition, Schwanz eingezogen, vielleicht sogar auf dem Rücken liegend, tu mir nichts. Und der andere Hund, der sozusagen, mit dem er gekämpft hat, der Überlegene, beißt nicht zu. Hat eine Tötungshemmung. Wir Menschen haben das nicht. Wir haben die Kultur und unsere Sozialisation, die uns sagt, du sollst nicht töten. Übrigens erst seit 2000 Jahren. Du sollst nicht töten, das Nähere regelt die Bundesrepublik. Bundesgesetzgebung oder wie Sie immer sagen wollen. Also die Details. Ab und zu darf man dann halt doch töten. Und wir regeln das mit unserem Verstand und unseren Überlegungen und mit unserer Erziehung. Bevor ich auf das jetzt näher eingehe, vielleicht doch nochmal kurz diese Behauptung, dass Männer das eher dazu neigen als wir Frauen und dass das nicht Teil der Sozialisation ist, sondern dass wir von früh an über die Geschlechtshormone uns so programmieren, dass wir Lust zum Jagen haben und Lust zum Töten haben und dass wir diese Lust auch auf Mitmenschen anwenden können. Ein Beispiel zu eurer Studien ist, Sie können das männliche Geschlechtshormon, das Testosteron im Mutterleib messen. Bei einer Amnionzöthese, bei einer Fruchtwasseruntersuchung entnehmen Sie ohnehin etwas Fruchtwasser und dann schauen Sie acht Jahre später, ob dieses Kind eher mit Puppen spielt oder eher Räuber, Gendarm, Cowboy, Ritter, Piraten, Wikinger, so was das typische Bubenspiel heute an Playmobils zu bieten hat. Und Sie stellen fest, dass dieses Testosteron, das Geschlechtshormon im Mutterleib bestimmt, ob der Bub acht Jahre später extrem mit Bubenspielzeug spielt oder eher auch mit Mädchenspielzeug. Und das ist natürlich keine perfekte Korrelation, kein perfekter Zusammenhang, aber Sie sehen, der Zusammenhang gilt für Mädchen wie für Buben gleichermaßen, nur sitzen die Buben halt insgesamt höher in dem Testosteron, das ja in den Testis, also in den männlichen Geschlechtsorganen erzeugt wird, aber auch in der Nebennierenrinde, das heißt Frauen besitzen das auch, auch die können hohe Werte haben und dann zeigt sich dort der ähnliche Zusammenhang. Ab der achten Woche in der Schwangerschaft beginnt die Produktion von Testosteron und baut uns ein anderes Gehirn, uns Männern, als wir den Frauen. Männer und Frauen denken anders. Was immer wir an bildgebenden Verfahren durchführen, wir sehen Unterschiede in der Form, wie Mann und Frau denken. Wir sehen Unterschiede in der strukturellen Gehirnorganisation, in der Verdrahtung der beiden Gehirnhälften. Und eine solche Unterschiede in der Form bedingt dann auch den Unterschied an geplanter und überlegter, vorausüberlegter Attacke, Gewalt und Aggression. Die Jagdlust hier. Mein Sohn, ich habe versucht, meiner Tochter einen Bagger zu schenken und festgestellt, sie bettet den abends dann in ein Bettchen rein und legt den Schlafen. Gut, dass Buben so sind, weiß jeder, der Buben erzogen hat und die meisten von Ihnen erinnern sich vielleicht auch noch an die eigene Kindheit. Die klassische Pädagogik sagt, fünf Teufel muss man dem Buben austreiben. Mit denen kommt er auf die Welt. Lüge, Verstellung, Egoismus, Bösartigkeit und eben auch die Grausamkeit. Wenn so ein Bub einer Fliege die Beine ausreißt und sagen wir, das ist normal, das gehört zum normalen Geschäft dazu. Wenn das bei einer Katze tut, sagen wir, der ist psychisch auffällig, der ist gestört. Den bringen wir bei, das darfst du bei einer Katze nicht machen und auch einen Menschen darfst du nicht töten. Die zehn Gebote sagen uns das. Egal aus welcher Kultur, egal aus welchem Kreis dieser Mensch kommt. In unter Umständen bestimmten Situationen sagen wir, das mit dem du sollst nicht töten, gilt nicht ganz. Also das sind Teufel, das sind Kakerlaken, wie die Ruandesen im Völkermord gesagt haben, die Hutus über die Turzis. Das sind Untermenschen, wie wir Deutsche vor, Gott sei Dank, mittlerweile einiger Zeit her, noch über andere Mitmenschen und Völker geredet haben. Und diese Grausamkeit zu kontrollieren, in den Hirnzentren, zum Beispiel die Mandelkerne, die hier in diesem Bereich im Schläfenlappen in der Tiefe sitzen und von wo aus Emotionen reguliert werden und automatische Emotionen gesteuert abfließen, die müssen gehemmt und reguliert werden. Sonst läuft es von den Mandelkernen direkt in die sogenannte Attack Area und der Mensch wird gewaltsam, wird grausam oder aggressiv. Aber es gibt hier diesen Bereich im Stirnlappen, der die Emotionen reguliert, der uns verbietet, dass wir hier Handlungen durchführen, die wir nicht wollen oder wo wir gelernt haben, die sind nicht passend, die unsere Aufmerksamkeit und unsere Gedanken regulieren und die auch unsere Fehler aufzeichnen und dann entsprechend zu einer Korrektur in diesem Verhalten führen. Wichtig ist, dass wir diesen Bereich aktiv haben, dass dieses Stirnhirn uns sozusagen über höhere Denk- und kognitive Funktionen regulieren kann. Personen, Personen, die diese Bereiche sehr stark beschädigt haben, die mit Gehirnverletzungen durch Unfälle oder Krankheiten dann leben müssen, die verlieren viele dieser Eigenschaften, dieser Kontrolle und werden dann, wie man so sagen würde, eben unter Umständen auch unmenschlich. Jagd ist in Gruppen häufig durchgeführt. Größere Tiere zu erlegen, braucht Gruppen, macht mehr Spaß. Wir haben Formen entwickelt, unsere Lust am Jagen zu genießen, ohne dass wir Menschen töten und ohne dass wir Tiere töten, in sportlichen Ereignissen und im Laufe der menschlichen Entwicklung, wenn Sie an die römischen Gladiatoren denken, welche brutalen, aus heutiger Sicht barbarischen Kämpfe das waren. Damals haben die gesagt, das ist ja hochentwickelte Kultur- und Sportart, diese Gladiatorenkämpfe. Dann ist der Fußball doch eine sehr zivilisierte Art, diesen Anlagen und Vergnügen auszuleben. Jetzt sagen Sie natürlich, in einem Fußballstadion sind auch viele Frauen. Klar, ich sage, es gibt auch Frauen, die diese entsprechende Veranlagung entwickeln. Ausgangsgenetik ist ja die sehr ähnliche. Aber dann doch auch wieder die Behauptung, die Frauen schauen halt lieber auf die Beine der Männer und die Männer schauen eher auf den Ball. Na gut, das ist jetzt etwas vereinfacht gesagt. Jagen nicht mit dem Maschinenquer und nicht mit den Raketen, sondern mit Pfeil und Bogen, mit der Lanze oder dem Knüppel, bedeutet Entbehrung, bedeutet Schmerz, bedeutet, dass ich über lange Zeit ein Tier verfolgen muss. Ich weiß nicht, ob Sie es schon mal erlebt haben, wie Sie vielleicht ein Reh oder nur einen Hasen umbringen, wenn Sie nichts anderes haben, als Ihre Fäuste und ein paar Steine. Sie müssen schauen, dass das Viech irgendwie zum Bluten kriegen, vielleicht mit einem Pfeil, so wie das heute noch die Jäger in den entsprechenden steinzeitlichen Kulturen machen. Und dann verfolgen Sie die Blutspur, manchmal über Stunden oder sogar Tage. Also irgendwie abreißen, was zum Bluten ist, irgendetwas Äußeres. Das machen übrigens dann doch wieder alle Jäger. Auch die Hyänen versuchen als erstes, irgendwie ein Ohr abzubeißen oder eine Nase abzuschneiden. Mich hat entsetzt und erstaunt, dass wir diese Eigenschaften in allen Kulturen finden. Hier ein oder andere mag das kennen, dieses Titelbild vom Time Magazine, einer afghanischen Frau, in den afrikanischen Bereichen. Wir finden das immer wieder, die Ohren waren abgeschnitten, manchmal auch die Finger, die Nase wird abgeschnitten. Warum machen die Leute das? Warum machen sie das so ähnlich in den völlig verschiedenen, unterschiedlichen Kulturen? Leute, die viel zu wenig Bildung haben, als dass die Rebellen und Kriminellen des Ostkongos etwa von denen in Afghanistan hätten lernen können und umgekehrt. Wir haben, Frau Roteige hat es gesagt, Kindersoldaten und ehemalige Kindersoldaten untersucht und haben gesagt, warum seid ihr denn so grausam in euren Auseinandersetzungen? Und die sagten, Grausamkeit macht dich grausam und wenn du sozusagen so jemanden macht willst, der zum Kämpfer wird, der zum Killer wird, dann werden die Kinder zunächst dazu gebracht, Entbehrungen zu überleben, sich gegenseitig zu bestrafen, Grausamkeiten am eigenen Leib zu erleben und dann so nach zwei bis drei Monaten beginnt so ein Prozess der Verwandlung. Der erste Marot, sagen alle Täter, die ich gesprochen habe, in den Gefängnissen von Afrika, in den Gefängnissen von der Schweiz und Deutschlands, ist der Schwierigste. Ab dann beginnt es zu faszinieren, zu interessieren. Und Kinder, die diese Hemmung und Kontrolle ihrer Tötungs- und Gewaltbereitschaft nie gelernt haben, die nie gelernt haben, du sollst nicht töten andere Menschen, die können sie relativ leicht zu solchen Killern machen. Acht bis sechzehn, siebzehn Jahre sagen die Kindersoldaten selber ist das Zeitfenster, wo solche Möglichkeiten sind, den nochmal umzuprogrammieren. Dann wird es immer schwieriger und schwieriger. Einen erwachsenen Mann, den bringen sie nicht mehr dazu, wirklich Soldat zu werden. Das ist der Grund, warum zum Beispiel die Großbritannien die Deklaration gegen Kindersoldaten nicht unterzeichnet hat. Mit 18 Jahren würden die nicht mehr genügend Rekruten für ihre Berufsarmee bekommen. Wenn wir in Deutschland eine Berufsarmee einführen, müssen wir diese Unterzeichnung wahrscheinlich auch aufgeben, weil die Freiwilligen finden wir mit 16, mit 14, mit 12, mit 8 Jahren laufen die unter Umständen zu den Rebellentruppen. In den heutigen Kriegen, in den Konflikten in Afrika, in Asien oder Südamerika, sind 80 Prozent der kämpfenden Truppe Kindersoldaten. Sind Kinder, das sind alles ehemalige Kämpfer, alles Leute, alles Kinder, die andere Menschen umgebracht haben. Nicht aus Verteidigung, nicht aus Reaktion heraus, sondern aus der Situation, in der sie großgezogen worden sind, heraus. wir in Deutschland produzieren Maschinengewehre, wie hier das von Heckler und Koch mit 2,7 Kilo, das Kindern erlaubt, mit Maschinengewehren umzugehen, die anderen wären zu schwer. Im Mittelalter, wenn Sie denken, die schweren Waffen, die Eisenrüstungen der Ritter, das war unmöglich, hier einen Siebenjährigen zum Kämpfer zu machen, aber hier mit so einem Maschinengewehr kein Problem. Und das sind die Regionen, wo hier insbesondere solche, also diese 80% der Kämpfer Kindersoldaten sind, dann sehen Sie natürlich, das sind die Krisenbrennpunkte der Welt. Meine Untersuchungen Südsudan, Uganda, Ruanda, Burundi, Ostkongo, Somalia, Afghanistan und Kolumbien. Ich bringe Ihnen nur einen Ausschnitt, aber wir finden überall dieses gleiche Muster. Die Kinder sagen, es gibt unter uns die Grausamen, das sind so vielleicht ein Drittel, die Hälfte, manchmal auch ein bisschen mehr, je nach Situation und die sind nun wirklich gemein. Da kannst du nicht daneben sitzen und nichts tun, das ist zwar dein Kumpel in der gleichen Rebellengruppe kämpfend, aber der lässt dich überhaupt nicht irgendwie in Ruhe, der ist ständig aggressionsbereit, der sagt, ich werde dich töten, ich bringe dich um und die Kinder sagen dann auch, die haben eine vergiftete Seele. Wenn diese Kinder alle diese Grausamkeiten erleben, dann werden sie sich fragen, sind die nicht traumatisiert? Traumatisierung ist das Stichwort. Unsere jungen Leute, die wir nach Afghanistan schicken, sind die traumatisiert durch diese Erlebnisse im Krieg? Das ist eine große Frage, die zurzeit diskutiert wird. Also sind nicht alle Kindersoldaten auch oder zum großen Teil traumatisiert? Und das war eine Frage, die uns interessiert hat und die wir untersucht haben. Und um das zu erläutern, einen kurzen Exkurs, was ist Traumatisierung überhaupt? Trauma, griechische Wort für Wunde, in dem Fall meint es die Wunde der Seele und ausgelöst wird es durch eine Bedrohung. Ihr Leben ist bedroht oder sie sind Zeuge, dass jemand anders abgeschlachtet wird und sie sind der Nächste, der drankommen könnte. Das verursacht intensive Angst, Hilflosigkeit, Horror, Entsetzen. Sie können nichts tun. Wenn sie aktiv etwas tun können, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie davon seelisch krank werden, praktisch null. Es ist immer die Angst und die Hilflosigkeit, sie können nichts tun, zusammen mit einer Alarmreaktion, einer Kampfflucht und Überlebensreaktion, die diese Traumatisierung auslöst. Und dann kommt es zu Intrusionen, zu Albträumen. In der Nacht, wir haben Patienten, die wachen jede Nacht schreiend auf, sind dann zwei, drei Stunden wach, fühlten sich zurückversetzt in den Krieg, in die Kampfsituation oder in diese traumatische Erfahrung. Andere haben am Tag diese plötzliche Wiedererinnerung und die kann äußerst massiv sein. Hier ist Möchte 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 die Nord Uganda von der jetzigen Bevölkerung befreien und dann eine neue Acholi Rasse züchten und der nach wie vor seit über 20 Jahren diese Region unsicher macht und wo sie immer wieder ab und zu in der Presse hören. Der ist dann von Nord Uganda in die Grenze Sudan nach Juba hinein gekommen. Das hat zum ersten Mal den Koni, der bei diesen Leuten auch als Zauberer, als Magier, als übernatürlicher Herrscher gilt, getroffen hat. Das erinnert er sich natürlich genau. Dann gab es einen Kampf mit der ugandischen Armee, wo er frei kam und dann war er zwei Jahre zu Hause. der Zeit hat erlebt, wie seine Schwester entführt worden ist und dann ist er ein zweites Mal entführt worden, mit 13 Jahren. Seine Eltern sind getötet worden. Da würden sie annehmen, jetzt sozusagen dieses Töten der Eltern, da wird er jetzt nie und nimmer sich diesen Rebellen anschließen, aber das ist dann oft nicht so. Die hatten praktisch überhaupt relativ wenig Chance und dann fängt er an, selber zu töten. Er hat Kumpel erschossen, weil der davonrennen wollte, fahnenflüchtig war, wenn sie so wollten. Er war dann mit 14 Jahren Commander und hat bestimmt, dass Arme und Beine von einem Mann abzuschneiden sind. Selber auch auch immer wieder Grausamkeiten erlebt, dass an seine Geschlechtsorgane ein Wasserkanister gebunden worden war. Dann hat er ein Mädchen erstochen und dann hat er einen Käpten erstochen, um seine Uniform zu kriegen und auf diese Art und Weise war er wieder höher in der Hierarchie, wurde verletzt und in der Schlacht und dann ist er geflohen. Jetzt leidet dieser Mensch unter einer posttraumatischen Belastungsstörung und fühlt sich immer wieder in diesen Krieg, in diesen Kampf hinein zurückversetzt. Und das sehen Sie jetzt mal so ein Beispiel, wie das dann konkret ausschaut. Er verlässt quasi in seinem Geist den Raum, ist erst wirkt völlig abgetreten, abwesend. Die Frau Dr. Schauer, den hier erfolgreich behandeln konnte, dann nach zehn weiteren Sitzungen, versucht, dass er dieses Abdriften in die Vergangenheit, dieses Wiedererleben von Kriegsgeschehen, von Kriegsgewalt, dass er das nicht durchführt. Aber das gelingt nicht immer und jetzt integriert er seine Umwelt in die Vergangenheit und er nimmt dann ein Stromkabel, so eine Steckdose, eine Leiste wie sie alle kennen und wickelt die rum als wie ein Patronengurt und nimmt den Teil der Leiste wie ein Maschinengewehr und dann kommandiert er die Leute, die er vor sich sieht, seine Truppe, wie er mit 14, 15 Jahren Commander war und fällt in den gleichen Dialekt zurück und sagt, ihr müsst da abdecken, ihr müsst das jenes machen und beordert diese Leute, um sich auf den nächsten Kampf vorzubereiten und er glaubt in diesem Moment so intensiv, dass er wieder zurück in der Vergangenheit ist, fühlt sich so intensiv zurückversetzt, dass er völlig irritiert ist, wenn er zurück in die Gegenwart kommt, was lange dauern kann, die Leute dort sagen, der ist von Geistern besessen, wir nennen das heute einen Flashback. Wenn sie in so einer Situation sind, dass sie immer wieder zurückversetzt werden in die Vergangenheit, dann sind sie ständig in der Bereitschaft auch zu kämpfen, auch zu fliehen, auch sich tot zu stellen. Sie haben Symptome der Überaktivierung, Übererregbarkeit, ein lauter Knall und sofort fährt ihr ganzes Verteidigungssystem hoch, ihr Adrenalin wird ausgeschüttet, Panik macht sich breit, enger Hals, schweres Atmen, höherer Puls, Schlaflosigkeit, weil man selbst in der Nacht immer bereit sein muss für Kampf und Flucht. Die Leute fühlen sich natürlich dann hinterher alles andere als gut, sie verfallen sehr viel leichter in eine Depression. Es gibt eine ganze Reihe von Kaskade, von Symptomen, die solches Gewalterleben bedingt. Wie kann es sein, dass jemand den Bezug zur Gegenwart verliert? Hier ist ein Beispiel Explosion einer Bombe, es gab ein Feuer, das sind sensorische Eindrücke, das sind Empfindungen, Gefühle, die wir wahrnehmen. Das macht Wut, das macht Zittern, das macht Herzrasen, Anspannung, die Atmung ist schwer, es macht bestimmte Gedanken, also es macht Gefühle, es macht eine körperliche Erregung und es macht Gedanken, ich werde vielleicht sterben. Wenn sie das erleben, zum ersten Mal in ihrem Leben, haben sie damit kein Problem, weil sie wissen, das war ja letzte Woche oder letztes Jahr in Kampala oder in Berlin im U-Bahn-Tunnel, als ich überfallen worden bin. Und immer wenn der Schrecken kommt, sagen sie sich, aha, war ja letzte Woche gar kein Problem, jetzt bin ich nicht bedroht, sie kriegen jetzt keine Überaktivierung. Und ein Mechanismus, der das absichert, das sind in der Hirn, hier an der Schädelbasis, gelegene Strukturen, wo es sogenannte Ortszellen gibt. Sie alle haben Ortszellen für jeden Ort, wo sie jemals auf der Welt waren. zum Beispiel für diesen Raum hier in der Urania. Ich bin heute zum ersten Mal hier, ich habe solche Ortszellen neu angelegt bei mir im Gehirn und wenn ich zurückkomme, wieder je, feuern diese Ortszellen in so einem Rhythmus, man nennt das einen Thetarhythmus, mit einer bestimmten Frequenz und ich weiß, ach, jetzt bin ich wieder in der Urania. So und diese Ortszellen, die sagen jetzt, da war dieser Schrecken letzte Woche in Kampala. Dann gibt es aber andere Erlebnisse, beispielsweise könnte diese Person eine Vergewaltigung durch den Nachbarn erlebt haben. Andere sensorische Eindrücke. Sie kann sich schämen, sie hat ähnliche Gefühle, sie kann nichts tun, die Hilflosigkeit ist die gleiche, die physiologischen Erregungen sind ähnlich und dann macht unser Gehirn Verbindungen, fangt an und macht eine generische Gefahr daraus, eine typische Gefahr. So wie sie eine typische Bäckerei sich vorstellen oder so wie sie einen typischen Zahnarzt sich vorstellen, fangt das Gehirn an und macht so die typische Gewalterfahrung, so ein Netzwerk draus. Aber diese Anbindung, das war ja damals in meiner Jugend, als ich vergewaltigt worden bin, das war damals mit 20 Jahren, als ich den Motorradunfall hatte und ebenfalls eine sehr starke physiologische Reaktion hatte, alle diese Aktivierungen bleiben erhalten, aber die Orte, die hemmen sich gegenseitig und die gehen im Laufe der Zeit verloren. Das heißt, sie wissen nicht mehr, wo dieser Schrecken genau hingehört und sie fühlen sich dann in die Vergangenheit zurückversetzt. Diejenigen unter Ihnen, die Primo Levi gelesen haben, einen Überlebenden des Holocaust, die wissen, dass er sich dann umgebracht hat, 1962 und wenn sie seine Gefühle hier näher betrachten, er sitzt da in Turin, in Oberitalien, im Frühling, in seinem Obstgarten, die Obstbäume blühen, es ist warm, die Bienen summern, dieser Geruch nach Honig oder Nektar, es ist ganz wunderbar und gemütlich und dann sagt er, ich merke, irgendwo ist hier eine Bedrohung da und dann geht er zurück in die Vergangenheit und sagt, ich bin im Lager, ich habe es immer gewusst, ich bin immer im Lager geblieben, alles andere ist der Betrug, nicht dieser Schrecken, das ist die Wahrheit, der Obstgarten in Oberitalien ist der Betrug, den gibt es nicht wirklich. Das bedeutet Traumatisierung, das bedeutet, dass ihr Gehirn ständig auf Bedrohung umschalten muss, das bedeutet, dass wir die Zentren, die unsere Emotion regulieren, wie die Amygdala, nicht mehr durch diese höheren Hirnzentren regulieren können, sondern, dass wir sehr schnell sein müssen und schnell heißt, wir gehen über ganz rasche Routen, die überhaupt gar nicht Zeit haben für Verarbeitung, innerhalb von 60 bis 80 Millisekunden sind wir reaktionsbereit, gehen wir in diese vorverdrahteten, ich würde fast sagen tierischen Informationszentren und Reaktionszentren hinein, Alarmreaktion, Kampf, Flucht, Erfolg sofort und unsere Überlegungen, unsere Gedanken, unsere Erziehung, unsere höheren Denkprozesse, die werden ausgeschaltet. Das ist der Fall, wenn sie häufig grausame Erfahrungen machen und dieses Ausschalten beobachten wir bei Patienten mit posttraumatischer Belastungsstörung und wir beobachten es auch bei ehemaligen Kindersoldaten. Sie können hier solche Bilder darbieten und dann feststellen, wenn der was Lustiges oder Freundliches sieht, wie verarbeitet er das, wie verarbeitet er, wenn er was Schreckliches sieht und dann kann man feststellen, dass diejenigen, die genügend Zeit haben zur Verarbeitung, die meisten von ihnen hoffentlich, das Bild im Detail analysieren und dann erst sozusagen regulieren, sollen sie jetzt kämpfen oder nö, das ist ja nur ein Bild. Personen mit viel Gewalterfahrung, die nehmen sich diese Zeit nicht, die realisieren nicht, das ist ja nur ein Bild, das ist ein anderer Kontext, das braucht mich jetzt nicht zu beunruhigen, sondern die fahren ihr System hoch, die fahren ihr Stresshormone hoch und unter Stress ist auch sinnvoll, dass wir diese low road, diese schnelle Verarbeitung haben, innerhalb von 60 bis 80 Millisekunden zurückschlagen können. Diese Personen schalten dann vermehrt, was wir alle tun, wenn wir unter Bedrohung sind, diese langsame Analyse der Situation, wo wir allen Kontext bedenken, wo wir unsere ganze Erfahrung einbringen, wo wir diese Regulation machen, den schalten wir aus und erlauben uns sozusagen mit den angeborenen Mechanismen relativ rasch in Kampf- oder Fluchtreaktionen zu gehen. Also hoher Stress, chronischer Stress macht nun häufig solche, eine solche Gehirnorganisation und wenn Sie das immer üben, dann wird Ihr Gehirn am Schluss so organisiert sein, diese Areale, der Einsatz dieser Areale wird verkümmern. Das Gehirn ist plastisch, wenn Sie etwas häufig üben, waren Sie darin besser und andere Dinge, die Sie nicht üben, die Sie vernachlässigen, darin waren Sie schlechter. Das wissen Sie und es ist natürlich auch so mit unserer Regulation auf Bedrohung und Gewalt. Wenn ich mehr und mehr an schrecklichen Erlebnissen durchmachen muss, durchleben muss, dann steigt diese Wahrscheinlichkeit von Traumasymptomen an. Jeder Punkt, hier ist ein einzelnes Kind oder Jugendlicher, der den ruandesischen Völkermord überlebt hat. Und wir finden diesen Zusammenhang in allen Kulturen unter allen Bedingungen. Je mehr traumatische Belastung, umso wahrscheinlicher die Entwicklung einer posttraumatischen Belastungsstörung, umso wahrscheinlicher die Depression, umso wahrscheinlicher nimmt dann oder zunehmend nimmt die Funktionsbeeinträchtigung zu. Sie können nicht mehr normal in Beruf und Familie in ihrem sozialen Umfeld funktionieren, nicht mehr vernünftig arbeiten, nicht mehr der liebende Vater, nicht mehr die liebende Mutter sein. Ich hatte eine Patientin, die hat sich sehr gefreut, dass ihr Kind zum ersten Schultag ging. Als sie diese körperliche Erregung verspürt hat und dann noch einen Mann in Uniform, es war ein Feuerwehrmann, gesehen hat, hat sie sich so massiv zurückversetzt, gefühlt in ihren Schrecken, den sie im Balkankrieg erlebt hat, dass sie gesagt hat, ich kann mit dem Kind nicht, ich kann mich nicht freuen, es ist nur für mich Angst, Schrecken und was aus solchen Leuten wird, die werden oft emotional abgestumpft, die können nicht ein normales liebendes Leben mit ihren Kindern, mit ihren Partnern oder gleichen führen in ihrem insgesamt körperlichen System, wenn sie häufig auf Kampf, Flucht umstellen, dafür ist unser Körper nicht gebaut, das Gebautes in Extremsituationen selten zu tun und sie kriegen viel mehr körperliche Erkrankungen, die Wahrscheinlichkeit von Herz-Kreislauf-Erkrankungen nimmt zu, die Wahrscheinlichkeit von Autoimmunerkrankungen wie Diabetes oder Rheuma nimmt deutlich zu. Jetzt haben wir gesagt, das muss doch bei den Kindersoldaten ganz genauso sein, die sind ja auch traumatisiert und da finden wir, dass je länger die bei den Rebellen leben, je mehr Grausamkeit die selber ausüben, desto mehr, das war ein großer Erstaunen für uns, total überraschend, desto eher runter geht diese traumatische Symptomatik und Belastung. Also wie kann denn das sein, dass sozusagen ich über das Gewalt durchführen und über die Grausamkeit meine Traumatisierung eher reduzieren kann. Und da scheint es so zu sein, dass diese Spaß, Lust am Töten, Lust am Jagen, die diese Kinder entwickeln können, die Menschen entwickeln können, ein Gegenmittel ist praktisch gegen die Traumatisierung. Und das machen die in dem Training die jeweiligen Rebellengruppen auch so, dass sie dosiert am Anfang in Abhängigkeit der Entwicklungsphasen Angst und Schrecken erzeugen, traumatischen Stress erzeugen und dann diese Kinder in die Grausamkeit überführen, was leicht ist, weil sie den Präfrontalen, diesen Stirnhirnmechanismus noch gar nicht so entwickelt haben und den leichter auszuschalten. Bei Erwachsenen ist es sehr viel schwieriger diesen Bereich auszuschalten. Und dann nutze ich den Spaß, die Lust am Töten, die Lust am Jagen und pervertiere das auf andere Menschen. Auf Dauer, ich habe es gesagt, bekommen diese Kinder dann ein anderes Gehirn, oder diese Erwachsenen ein anderes Gehirn. Der traumatische Stress bedingt, dass unsere kontextuelle Analyse, wo die Ortszellen, wo und wann ist was passiert, diese Information über den Hippocampus eher abnimmt, diese Zellen schrumpfen, das sind Nervenzellen in diesem Bereich und sterben zum Teil sogar ab. Gleichzeitig diese Mandelkerne, die Amygdala, die diese Emotionen auslösen kann, die eigentlich kontrolliert werden sollte, wird von sich aus unkontrollierter. Die Angst verzweigt sich in viele Bereiche des Gehirns und auch die Gewaltbereitschaft verzweigt sich in viele Bereiche des Gehirns. Es wird Sie nicht erstaunen, dass es da Phasen in der Entwicklung gibt, wo man besonders lernfähig ist, wo was Hänschen nicht lernt, eben der Hans sich schwerer tut. Der Hippocampus, also der, der uns sagt, wo und wann wir sind und der den Kontext herstellen kann und der Entscheidende ist für diese höheren Gedächtnisprozesse, der ist besonders plastisch vorgeburtlich und früh. Und dann noch einmal während der Pubertät, der ist relativ wenig plastisch im Erwachsenenalter. Und hier sehen Sie, dass das Stirnhirn praktisch bis über die Pubertät hinaus sehr plastisch ist. Noch einmal eine Veränderung im Alter, leider nicht unbedingt immer in positiver Richtung, aber in dem normalen Erwachsenenalter haben Sie hier relativ wenig Plastizität. relativ wenig Veränderbarkeit. Sie können das mit bildgebenden Verfahren selbst makroskopisch strukturell nachweisen. Das heißt, wir schauen uns mit bildgebenden Verfahren an, hier, der Hippocampus, den kann man in den Schnittbildern messen, dann kann man sich so ein dreidimensionales Gebilde rekonstruieren, so schaut der aus, von lebenden Personen, mein Hippocampus schaut ganz normal aus, der von Londoner Taxifahrern, wenn Sie mal in London waren, schrecklich kompliziert, ist der größer, brauchen Sie mehr räumlichen Orientierung und Kinder, die jetzt Schreckliches erlebt haben, zum Beispiel körperlichen Missbrauch, sexuelle Gewalt, emotionale Vernachlässigung im Alter von drei bis fünf, die haben 30% Volumenreduktion, also einen sehr viel weniger leistungsfähigen Hippocampus und das ist jetzt hier betrachtet, in welchem Alter der Schrecken auftritt, der fortgesetzter chronischer Stress, zum Beispiel im Vorschulalter, zum Beispiel im Präpubertären Alter und da ist dieser Hippocampus besonders sensitiv und da können Sie dieses Kind besonders prägen in die eine oder andere Richtung. Dieses Alter, so 10, 11, 12, 13 Jahre ist auch, natürlich sind wir gebaut, in dem Moment fangen wir an und erkunden unsere Umgebung und plötzlich gehört uns ganz Berlin, weil wir wissen, wo alles ist, unser Hippocampus ist essentiell dafür, aber wenn ich das Kind verschlage und verprügle, dann wird es weniger solche Fähigkeiten haben und kann weniger den Kontext herstellen. So, also ich, traumatischer Stress dosiert, Kontextreduktion, ich mache das dadurch zu einer Tötungsmaschine und das Zweite ist, ich muss diese Grausamkeit antrainieren und da nutze ich aus, dass eben Töten, Jagen Spaß machen kann, nicht machen muss, aber dass es daran eine Lust geben kann und wenn Sie das betrachten, was gehört jetzt da dazu, ich muss ein Tier töten, da muss Blut fließen, da habe ich auch eine körperliche Erregung, ich habe auch schweres Atmen, mein Herz schlägt, eine Anspannung und das ist aber positiv erlebt im Vergleich zu den anderen Schrecken wie der Vergewaltigung oder der Explosion, die negativ erlebt ist und im Gehirn spült sich jetzt Folgendes ab, dass diese beiden Netzwerke sozusagen in Konkurrenz treten und sie können es in die ein oder andere Richtung ziehen. Es sei mir an der Stelle erlaubt, dass wir das auch gesellschaftlich tun können, nicht nur auf individueller Ebene, wir können unseren jungen Leuten, die wir nach Afghanistan geschickt haben, die Explosionen und Bomben erlebt haben und die unter hohem Stress lange Monate aushalten müssen, wir können denen sagen, ihr seid die Helden und das auf die sozusagen Jagdseite rüberziehen oder wir können sagen, was habt ihr in der Versauerei gemacht und damit das negativ besetzen und damit die posttraumatische Belastungsstörung fördern. Ein Grund warum in den Vietnam-Veteranen diese posttraumatische Belastungsstörung so endemisch, so häufig aufgetreten ist, ist, weil die amerikanische Gesellschaft gesagt hat, ihr seid nicht unsere Helden, ihr habt eine Schweinerei gemacht in Vietnam, es war schrecklich, es war schlimm, ihr habt nichts Gutes gemacht, besetzt es alles negativ und dann fördern wir die seelische Erkrankung. Ich bin sicher nicht dafür, deutsche Truppen ins Ausland zu schicken, aber wenn wir es tun, dann müssen wir sagen, ihr seid unsere Helden und sonst dürfen wir die da nicht hinschicken, sonst machen wir sie seelisch krank. Gut, jetzt können wir die Leute fragen und das hat uns auch erstaunt, wir fragen jetzt erwachsene Männer in Butare, in Kigali, ehemalige Völkermörder, wir fragen Sexual- und Gewaltstraftäter in Pöschwies in dem größten Gefängnis der Schweiz, wir fragen sie in dem Konstanzer Gefängnis, wir fragen sie auch diejenigen, die in Kongo nie daran gehindert wurden, ihren Schrecken auszuüben und was sie sehen ist, das was auch andere Leute wie hier Jean Hartzfeld schon berichten, je mehr wir töteten, desto mehr kamen wir auf den Geschmack weiterzumachen. Wenn man die Gier ungestraft ausleben kann, lässt sie einen nie los, man konnte sie vom Töten hervorquellenden Augen ablesen. Es war ein unvorhergesehenes Volksvergnügen. Ich habe Berechnungen durchgeführt, in manchen Gebieten, da wurden die Tutsis zusammengetrieben in Kirchen, 20.000. Wie bringen sie 20.000 Tutsis um? Wenn sie keine Maschinengewehre haben, überhaupt keine Gewehre, wenn sie die erschlagen müssen, maximal mit Macheten oder mit Knüppeln, dann brauchen sie eine ganze Menge, Tausende von Leuten, um das zu tun, innerhalb dieser Zeit. Dann kann man sich ausrechnen, dass in bestimmten Gebieten alle Männer gekommen sind. Jetzt können Sie sagen, das war ein Peerdruck, wenn ich da nicht hingehe, dann bin ich sozial ausgeschlossen, also gehe auch hin und schlage auch einem über den Kopf. Aber woher kommt insgesamt diese Fähigkeit, Männer insbesondere dazu zu bringen, dass sie ihre Tötungshemmung Mitmenschen gegenüber aufgeben. Und eine Antwort ist, sie sagen, das sind keine anderen Menschen, das sind Kakerlaken, das sind Ungeziefer, das sind die Teufel, sie entmenschlichen die Schritt für Schritt. Gut, das ist jetzt nur für die Statistik-Freaks unter Ihnen einfach nochmal unsere Arbeiten, die da zeigen, dass wenn sie mehr kriminelle Delikte ausüben, werden sie weniger leicht depressiv und weniger leicht traumatisiert. Also Grausamkeit und Gewalt, die haben Elemente in sich, die können lustvoll empfunden werden, die aktivieren tatsächlich unsere Belohnungszentren und wenn sie Computerspiele schon mal gespielt haben, dann wissen sie das, dass das ein gewisses Suchtpotenzial hat und es ist nicht nur einfach die Belohnung der Computer gibt, das ist in den Gewaltspielen inhärent und dann gibt es die verschiedensten Formen. Häufig entmenschlichen sie den Gegner in irgendeiner Form. Entweder es ist wirklich der Feind, der hier erledigt werden muss oder es sind irgendwelche Zombies und dann stellen wir fest, je länger die Personen, die Konstanzer Studenten gewaltbezogene Reize betrachten, umso mehr steigt ihr männliches Geschlechtshormon. Das steigt übrigens auch, wenn sie mit Porsche Carrera durch Berlin fahren statt dem Toyota Carolla, da gibt es eine Untersuchung dazu, aber auch durch diese Betrachtung der Gewalt und Computerspiele. Das ist übrigens so, dass bei den Männern mit 40 das Testosteron so langsam runter geht und dann fallen die in die Midlife Crisis und dann brauchen sie den Porsche, um wieder zu Vergnügen zu kommen. Oder die Jagd. Computerspiele sind auch gut. Am besten sie machen irgendwelche Zombies tot. Da scheut man sich da nicht mehr. Und wenn sie das tun, am Schluss hier, das ist das Messe-Babe, der Gamescom in Deutschland, in Köln, 245.000 Besucher. Also kein exotisches, seltenes Vergnügen, das hier gespielt wird, sondern das Häufige ist. Vitalik Litschko kennt jemand ihn nicht. Was ist die Faszination am Boxsport denn zu betrachten? Ich kann vielleicht nur eine gewisse Faszination abgewinnen, dass man das selber tut, aber sich das anschauen, wie die Leute sich blutig schlagen, wo ist der Spaß darin? Martial Arts, eine Auseinandersetzung, wo immer Blut fließen muss, Blut als Q, als Schlüsselreiz des Jagderlebens, wo alles erlaubt ist. 13.000 Zuschauer bei dem ersten Spiel, beides sind hochgebildete Leute, die hier diese Kämpfe ausführen. Und der ein oder andere mag noch die Geschichte von dem Herrn Schubert, einem Polizisten, der tagsüber Polizist und nachts über Hooligan war und Gewalt ausgeübt hat, deswegen hier ein Titelbild seines Buches Hooligan und Polizei, in Erinnerung haben und der schreibt in seinem Buch, Gewalt ist eine Lösung, schreibt er, an diesem Punkt schien es, als ob das Adrenalin durch Endorphine, also das sind die körpereigenen Opiate, das ist körpereigenes Hörin, körpereigenes Morphium, wie diese Endorphine verdrängt, das Adrenalin verdrängt haben, also die Erregung geht runter und es kommt ein Glücksgefühl auf, die Anspannung fiel weg und ich musste lächeln, während ich weiter auf ihn einschlug, hatte ich dieses entrückte Grinsen im Gesicht. Jetzt haben wir die Leute gefragt, ist das jetzt nur bei dem Herrn Schubert so oder ist es bei euch, die ihr sozusagen vom Völkermord verurteilt worden so oder die ihr im Kongo kämpft und wir haben gefragt, ist es so, dass die unterlegene Person schreien muss und da haben 74% gesagt, ja so ist es, die muss schreien, da stimme ich zu. Wenn ich eine tote Person sehe, dann stelle ich mir vor, wie sie getötet wurde. Diesen Spaß erlaube habe ich mir so zu sagen. Und so kann man während des Kampfes habe ich mich wie ein Jäger gefühlt, das sagen immerhin zwei Drittel der Leute. Der Unterlegene muss bluten, sonst war der Kampf nicht wirklich erfolgreich. Und wenn wir das betrachten, diese Art der appetitiven Gewalt, des Spaßes am Gewalt, der Faszination am Gewalt erleben, gegenüber der Durchführung von Gewalt Ereignissen, dann sehen wir wieder so ein Bild, je mehr sie Gewalt durchführen, umso mehr macht Spaß und umso mehr führen sie wieder durch. Und diese dunklen Punkte sind, wo Leute seelisch krank werden, insbesondere traumatisiert. Und sie sehen, dass die, die hier oben sitzen, sind alles helle Punkte. Das heißt, die haben weniger seelische Erkrankungen und es hat mich total erstaunt. Ich habe zuvor gedacht, die Leute in Gefängnissen, die umgebracht haben, die müssen seelisch krank sein, die können nicht richtig ticken, die sind nicht gesund. Das stimmt überhaupt nicht. Mit denen können sie eine normale Konversation haben, nach 15 Jahren in rwandischen Gefängnissen, nach 10 Jahren in Pöschwitz in der Schweiz, mit denen können nach wie vor da. Und die, die viel Spaß an dem Erleben haben, das sind hier diese dunkle Balken, die erreichen dann den höheren Rang, eher den Commander in den verschiedenen Rebellentruppen. Das ist hier der Vergleich Kindersoldaten, die einen Rang haben, gegenüber Kindersoldaten, die den nie erreicht haben, gegenüber Kontrollpersonen aus dem gleichen Kulturkreis, da haben die Commander mehr Spaß an der geplanten Gewalt, an der überlegten Gewalt, ich bringe dich morgen um, nicht jetzt, ich kämpfe reaktiv. Gut, jetzt ist die Frage, werden wir über die Jahrtausende nicht eigentlich immer friedlicher? Die Archäologen schätzen, dass in der Steinzeit jeder zweite Mann von einem anderen Mann erschlagen worden ist. Liebe Männer, das brauchen wir heute eigentlich kaum mehr befürchten. Das kann natürlich sein, dass sie erschlagen werden auf ihrem Nachhause Weg, aber die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering. Wir leben Gott sei Dank immer in der Steinzeit und die großen Kriege wie die Weltkriege, die Kriege wie Deutschland gegen Frankreich oder Erste oder Zweite Weltkrieg, diese zwischenstaatlichen Konflikte, die haben abgenommen, genauso die kolonialen Kriege haben abgenommen, aber was nicht abgenommen hat, sind diese Bürgerkriege, diese neuen Kriege, wo es irreguläre Kampfeinheiten gibt, wo es neue Formen des Auseinandersetzens gibt, wo unser Feind unter den Händen zerfließt. Es gibt den Taliban gar nicht wirklich. Es gibt es manchmal, jeder Bauer ist ein bisschen Taliban, manchmal 100%, manchmal gar nicht. Und sie haben keinen klaren Kämpfer. Und in Kulturen, die oder in Regionen, wo die staatliche Kontrolle vollständig verloren gegangen ist, Fail States, Staaten, die nicht mehr funktionieren, wie Somalia, wie der Ostkongo, da entartet diese Gewalt vollständig zu unvorstellbaren Grausamkeiten in der heutigen Zeit. Mein Besuch im Ostkongo erinnert mich an die Beschreibung des deutschen Arts über eine empfindsame Reise zu den Quellen des Nils in die gleiche Region. Und er beobachtet die Kannibalen, die Menschenfresser dort und sagt, jetzt musste ich lachen, wenn ich daran dachte, was meine Freunde für Augen machen würden, wenn sie mich so gemütlich unter Menschenfressern sitzen sehen. Man wird ja allmählich stumpf und abgebrüht. Ich bin von meiner eigenen Entwicklung überrascht, dass ich beim ersten Mal, als mir einer dieser Kämpfer berichtet, dass er Menschenfleisch ist, mir schlecht geworden ist und übel. Aber beim fünften Mal sagen sie, hast schon mal ein Stück weiße Haut probiert? Und er sagt, na na, wir sind Uno-Kampfhubschrauber, das machen wir nicht, wir essen nur Schwarze. Man stumpft also hier vollständig ab und das sind solche Aussagen von Kindersoldaten. Belohnung, ja, klar, wir bekommen Belohnung, wir sprechen jetzt nicht über Vergangenheit, wir sprechen über das Heute. Heute im Kongo, im Moment, wo wir hier sitzen, werden Frauen vergewaltigt, ermordet, 5 Millionen Tote in den letzten zwei Dekaden. Ja, und eine Möglichkeit dieser Belohnung war menschliches Fleisch und dieser Kämpfer berichtet uns persönlich, habe ich eigentlich das nicht besonders gemocht, ich muss allerdings sagen, es schmeckt zart, es gibt Diskussionen unter den Leuten, ist die Brust, insbesondere die weibliche Brust, ein bisschen besser, weil die ist fetter auch, oder ist es die Hand, besser, die ist Schuhier. Also eine totale, wenn Sie so wollen, Entgleisung von dem, was wir uns eigentlich moralisch erlauben, was bei diesen Personen stattfindet. Für die Leute, die nicht sensitiv sind und es immer noch nicht glauben, ein kurzes Bild, die anderen machen gerade eben mal die Augen zu, so schaut es dann aus. Menschen werden geschlachtet, Menschen werden gegessen. Diese neuen Kriege, die haben viele Eigenschaften. Hier ist eine Frau, die wir im Kosovo-Krieg damals untersucht haben und die das irgendwie ausdrückt. Die 90 Jahre gesagt, ich habe viel erlebt. Ich kenne die ganze Welt. Ich habe den Ersten Weltkrieg und den Zweiten Weltkrieg erlebt, aber dieses Mal war es am schlimmsten. Es war so schlimm, dass selbst die Kühe davon gerannt sind. Das war ihre Form, diese neue Qualität dieser neuen Kriege zum Ausdruck zu bringen. In der Nacht, als die Bomben fielen, sah ich schwarz verkleidete Männer durch Djakowitscher rennen. Ich sah, wie sie schossen, Kehlen durchschnitten, Häuser niederbrannten. Wie Leute aus einer hohen Kultur, wie die Völker des ehemaligen Jugoslawiens, dazu kommen können, einem vierjährigen Kind die Finger abzuschneiden und sie als Kette wie die Krallen eines Christlibeeren sich umzuhängen. Wie das passieren kann, kann man glaube ich nur verstehen, wenn man sieht, welche Bereitschaft im Menschen angelegt ist, die hier kontrolliert werden muss. Diese neuen Kriege zeichnen sich aus durch 80% Kindersoldaten, weil die eben diese Waffen jetzt tragen können und das ist eine neue Qualität in der Entwicklung der Weltbevölkerung. Regionen werden zerstört, Ausschluss, Hass, Gewalt, Terror und Folter findet statt. Statt, diese klassische eine Armee kämpft gegen die andere. Die Opfer sind zunehmend Zivilbevölkerung. Über den Zweiten Weltkrieg, wo immer noch die Mehrheit kämpfende Truppen Soldaten waren, haben wir jetzt über 80, manchmal fast 95% der Opfer sind Tote der Zivilbevölkerung. Kinder, Frauen oder Männer, die nicht kämpfen. Dieser Schrecken kommt, wie wir später sind, seit 9-11, seit dem Schrecken in New York, wissen auch leider zu uns und die Frage ist, was können wir tun, wie können wir ihn bekämpfen? Die DFG, Frau Rath-Heike, hat mir viel Geld gegeben, um das zu überlegen, was wir haben, was wir entwickelt haben, eine sehr erfolgreiche Möglichkeit, um die Traumatisierung zu bekämpfen. Wir können dieses Netzwerk zerreißen, indem wir die Ortszellen wieder da dran binden, indem wir die Leute ganz klar zurückversetzen, aber gleichzeitig den Kontext wiederherstellen und sagen, dieses Bombenerlebnis war in Kampala letzte Woche, das ist nicht jetzt, das ist nicht im Hier und Jetzt und jetzt fühlst du das alles wieder und bindest durch dieses wieder erneute Erleben und Schildern durch sprachlichen Ausdruck, bindest du das an das Wo und Wann wieder dran und das löst die Traumasymptomatik auf. Wir können also die eine Seite dieses Netzwerkes in Griff bekommen, wie wir die andere Seite dieses Netzwerkes, nämlich die Kontrolle der Jagdlust, wenn die einmal entgleist ist, die Kontrolle der Gewalt von Leuten, die Gewalt erleben, als positiv häufig erlebt haben, wie wir das kontrollieren können, dazu gibt es natürlich verschiedene Überlegungen, es ist immer der Clou, wir nutzen die menschliche Fähigkeit, Dinge in Worte zu fassen. Und darüber zu kontrollieren. Aber bisher gibt es noch kein einziges Programm, das funktioniert hat. Es gibt eine ganze Menge Versuche, diese ehemaligen Kämpfer einzugliedern, aber es hat in keiner Form irgendwie funktioniert. Die nehmen zwei Wege, die werden suchtkrank, substanzabhängig in irgendeiner Form, brauen sich aus dem letzten Maiskorren, das die Familie noch kriegt, irgendein Local Brew, machen Alkohol draus, nehmen in Somalia Kat in großen Mengen, das ist eine amphetaminartige, erregende Substanz, die den Hunger stillt, die dann letztlich zu einer Schädigung des Gehirns führt. Wir haben keine Möglichkeit, diese Leute entweder einerseits aus ihrer Sucht, andererseits aus der Bereitschaft wieder in den Krieg zu ziehen. Der Rebell, der jetzt frustriert unter ärmlichsten Verhältnissen in Norduganda oder im Ostkongo wieder versucht, sich zu erinnern, der ist ja nie integriert gewesen, das ist gar keine Reintegration, das ist erst mal eine Sozialisation, wenn der hinreichend Frust erlebt, die meisten wissen, wo sie ihre Waffen wieder haben oder wie sie sie wieder gewinnen können, dann geht er eben zurück. Ich danke natürlich der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die uns erlaubt, diese Labor- und Feldexperimente durchzuführen und Frau Rath-Heige hat es bereits gesagt, die Organisation Vivo, die für Stimme der Opfer steht, aber auch für Ich lebe steht, die hat eine Webseite, wo sie mehr Informationen bekommen können, wo sie die ganzen Artikel, die ich jetzt hier auch besprochen habe, runterladen können, als PDF-Files und wo sie Informationen über diese Projekte und über diese Vorstellung bekommen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass ich eher Ihre Lust am Jagd erweckt habe und nicht Ihren Schrecken über die Entwicklung dieser Welt.